Ihr seid ja wirklich Stalker, das gibt es halt nicht. So, ein bisschen klein die Gruppe hier. Jungs, es kommt noch drei raus hier, kommt. Kommt, kommt. Erste Gruppe noch drei, kommt. Es kommt erste Aufgabe, wir stehen wieder breit, gehen mal ein bisschen in den Liegestützstand wieder. Ein Liegestütz, dann zurück, bisschen reinfedern, Oberschenkelrückseite. Kommt, nee, schneller laufen, schneller laufen, seit wann man noch nicht die Aufgabe sagt. Bis hierher, locker gehen, locker gehen. Skipping immer kurz, schnell, ab hier Antritt bis zur weißen Kappe. Kommt, immer kurze, schnelle Sequenzen, wirklich schnell und nochmal Antritt. Richtig Kniehebelauf, kommt, schön schnell, eine Bahn, richtig schnell, Kniehebelauf und Antritt. Kommt, Knie schön hoch, 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 hoch. Locker zurück, genau. Kommt, bist auf weißen Kappe. Kommt, kommt. Zehn Meter kriegt man schon hin. Hexentanz rechts, locker. Innen, außen, innen, außen. Locker hüpfen auf dem anderen Fuß. Ganz ruhig und dann schön, Nähmaschine. Kommt, schön schnell, schön schnell. Skatersprünge langsam beginnen, schneller werden. Ganz ruhig rechts, links und irgendwann schön schnell rechts, links plus Antritt. Letzte Aktion, Steigerungslauf auf 90 Prozent, dann geht ihr rüber. Ja, durch den Zaun durch. Jeder ein Spiel, zweimal laufen, einmal locker. Seid ihr jetzt Spiel oder seid ihr jetzt Lauf? Lauf. Aber jetzt habt ihr ja sieben Grüne. Ne, einer ist vielleicht von den Grünen rot. Jungs, als erstes von weiß zu blau. Die Pause ist zur weißen Kappe. Die roten Stange interessiert erstmal nicht. Zwischen weiß und blau. Schnell. Zur weißen Kappe locker. Genauso wie hier. Rot interessiert nicht. Gut, Joschi. Kommt, locker, locker traben, locker traben und wieder explodieren. Kommt, schön investieren am Anfang. Investiert am Anfang. Ja, schießt du ans Tor, hast doch kein Problem. Latte da. Ja, unterkante Latte, dass er reingeht. Ah, nie im Leben. Ja, aber es ist doch keine Schwierigkeit für einen Fußballprofi, Latte zu treffen. Immer am Maximum arbeiten. Pause. Martin hat gesagt Apo. Ich glaube, das ist nicht live. Ja, weil Krüger, der macht mich nervös. Der will Feierabend haben. Na, was ist? Ja, guck jetzt. Er ist auf Kamera die ganze Zeit hier. Guck mal, jetzt ist der Arbeitsfall. Jetzt zeigt man richtig sein wach. Es gibt Arbeitsfallheit. Ja. Sag man das so, Arbeitsfallheit? Glaub nicht. Er ist arbeitsfall. Ja, hier Eisen, oder wir Iron Martin. Eiserne Iron Martin. Oh, guck mal, ihr dürft spielen. Ist doch schön. Zum Abschluss. Stellt euch vor, ihr müsstet jetzt laufen.